Hier ist MANA TV mit den Tagesthemen. Wenn wir den Tagesthemen, Schneider und Lederverarbeiter droppen, haben wir uns diese und deren benötigten Materialien mal genauer angeschaut. Allgemein handelt es sich hier um herstellbare Gürtel und Schuhe, welche für die ein oder andere Ausrichtung ein starkes Upgrade werden könnten. Für alle Plattengegenstände benötigt man vor allem Titanstahlbahnen. Bei Leder und schwerer Rüstung ist es schweres boreanisches Leder, arktischer Pelz, eisige Drachenschuppen, nerubisches Kittin, Jormunga-Schuppen sowie Eonen-Schatten. Die Stoffvarianten vom Schneider setzen Mondgespinst, Zaubertuch und das Schwarztuch voraus. Alle aufgezählten Materialien werden dadurch vor allem zum Anfang der zweiten Phase gut im Preis steigen, da man nicht viel leichter an solch einen Gürtel bzw. Schuhe herankommt. Man benötigt außerdem zum Craften der Gegenstände runenbeschriebene Kugeln. Diese werden von den jeweiligen Bossen in Uldur fallen gelassen. Ihr könnt diese allerdings auch gegen 18 der neuen Embleme der Eroberung kaufen. Wenn ihr demnach eure ersten erhaltenen Eroberungsmarken nicht selbst gegen Ausrüstung, sondern gegen die runenbeschriebene Kugeln tauscht, könnt das vor allem am Anfang extrem lukrativ werden, da die Nachfrage das Angebot übersteigt. Mit Phase 3, also der Prüfung der Kreuzfahrer, kommt der Titanstaub ins Spiel. Diesen erhaltet ihr, wenn ihr Titanerz sondiert. Den Staub könnt ihr dann gegen Juweliersymbole von Dalaran tauschen. Mit diesen kann man bekannterweise neue Vorlagen erlernen. Da mit der dritten Phase allerdings die epischen Edelsteine ins Spiel kommen, wird man einige dieser Abzeichen benötigen. Nun ruht es sich jetzt schon günstig, Titanerz zu kaufen, da dieses mit Phase 2 und dann spätestens mit Phase 3 deutlich an Wert steigen sollte. Im damaligen Wrath of the Lich King hat man pro Stack Titanerz ca. 3 Staub bekommen. Ihr habt zudem eine geringe Chance, epische ungeschliffene Edelsteine aus dem Erz zu sondieren. Als letzten Tipp, und dieser geht vor allem an alle, welche einen Kräuterkundler mit einem schnellen Flugmont haben, Flammenkappen. Diese erhöhen die zusätzliche Feuerzaubermacht für 1 Minute um 80. Jeder Minmaxer-Feuermagier, welcher zudem in Phase 2 deutlich stärker wird, möchte diese haben. Aber auch Elementarschamanen, die alles rausholen wollen, haben diese, um Loks zu fahren in der Tasche. Ihr bekommt sie in den Zangermarschen. Zum Test sind wir mal eine Runde geflogen, was ca. 5 Minuten gedauert hat. Hierbei haben wir zwei Flammenkappen gefunden, welche momentan für 35 Gold pro Kappe weggehen. Und Phase 2 hat noch nicht einmal begonnen. 70 Gold in 5 Minuten ist definitiv eine Ansage. Kommen wir zur Technik und damit dem Addon der Woche. Dies hört auf den Namen Rank Sentinel. Das Addon liest den Kampflog des kompletten Raids mit und achtet darauf, dass jeder Spieler den maximalen Rang gelernt hat und diesen auch verwendet. Anderenfalls schreibt das Addon dem jeweiligen Spieler eine Nachricht und gibt diesem einen Hinweis, dass es einen neuen Rang gibt. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, hat ein Spieler einen alten Rang von großer Segen der Weisheit verwendet. Das Addon hat nun dem Paladin direkt eine private Nachricht gesendet und diesen darauf hingewiesen, dass es einen höheren Rang gibt. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur bei Buffs, sondern auch bei schadensausführenden Fähigkeiten. Installiert euch dieses einfach mal und prüft beim nächsten Raid automatisch, ob auch jeder seinen maximalen Rang verwendet. Das Addon findet ihr ganz einfach bei Curseforge, achtet allerdings auf die genaue Schreibweise. Wir verlinken es euch auch nochmal in der Beschreibung. Noch kurz eine Werbung in eigener Sache. Wenn ihr uns supporten wollt, kauft doch gerne eure Amazon-Produkte über unseren Link. Wenn ihr zuerst auf diesen klickt und dann euren Einkauf tätig, bekommt ihr eine Provision fürs Vermitteln und ihr habt keine Mehrkosten. Ihr findet den Link in der Beschreibung. Idee des Tages. Wusstet ihr, dass ihr nicht unbedingt am Landeplatz in Dalaran stehen müsst, um auf euer Flugmann aufzumauten? Es gibt eine Bank bei Antonidas Denkmal. Wenn ihr hier sitzt, könnt ihr problemlos direkt auf euer Flugreitier aufspringen. Solltet ihr zum Beispiel aus der Bank kommen und Richtung Eiskrone müssen, bietet sich der kleine Trick an, um sich ein paar Sekunden zu sparen. Wenn ihr den normalen Weg über den Landeplatz wählen solltet, dann beachtet, dass ihr hier schon unten im Torbogen angekommen aufsatteln könnt. Ihr könnt euch somit den restlichen Laufweg ganz einfach sparen. Ein paar wenige Meter weiter funktioniert das gleiche allerdings nicht mehr. Newsflash. Keine Blizzard-Spiele mehr in China. Blizzard wird ab dem 23. Januar 2023 den Gaming-Service in China stoppen. Konkret werden Overwatch, Diablo 3, Warcraft 3, Heroes of the Storm, die komplette StarCraft-Reihe und World of Warcraft nicht mehr spielbar sein oder verkauft werden. Der chinesische Publisher NetEase konnte sich nicht mehr vertraglich mit Blizzard einigen. Gerüchten zufolge ist der riesige Konzern Tencent mit Blizzard in Verhandlungen, sodass ein neuer Publisher gefunden werden könnte. Das Gold Cap wird nicht erhöht. Wie Classic Game Producer Agrent im US-Forum schrieb, fühlt sich Blizzard nicht danach, als müssten sie das Gold Cap erhöhen, da die wenigsten Spieler überhaupt nur ansatzweise daran kratzen würden. Sollte sich an der Situation etwas ändern, dann überlegen sie sich das Ganze allerdings nochmal. Das Cap liegt aktuell bei 214.748 Gold, 36 Silber und 48 Kupfer. Bye Bye Season of Mastery Die erste Season of Mastery, in der man nochmals Vanilla samt einigen deutlichen Änderungen erleben konnte, neigt sich dem Ende. Am 14. November schließen die Server. Ihr könnt allerdings nach wie vor eure SOM-Charaktere auf die bestehenden WOTLK-Server transferieren. Wir sind gespannt, was uns hier in den nächsten Jahren noch erwartet, da es vermutlich nicht die letzte Season war. Das neue W.O.V. Retail-Add-on Dragonflight erscheint am 29. November. In diesem erwartet euch das neue Gebiet die Dracheninsel, welches vier neue Zonen beinhaltet. Zudem gibt es die neue und erste Volk-Klassen-Kombination, dem Rufer der Dracktier. Das Maximal-Level ist Stufe 70. Das neue Kern-Feature wird das Drachenreiten, bei dem ihr die Möglichkeit habt, fähigkeitsbasierend durch die Luft zu gleiten. Zusätzlich kommt bzw. kam ein neues User-Interface sowie überarbeitete Talentbäume. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß im W.O.TLK und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.